Hallo liebe Camper, hier ein kleines Video, ein Abendvideo aus Dinkelspül von Mika Caravan. Mir ist es ein kleines Anliegen, aufgrund der hohen Anfragen das Ganze noch mal zu machen, beziehungsweise noch einmal darüber zu reden, Lithium, verschiedene Lithium-Akkus und AGM. Der eine oder andere hat ja immer wieder die Frage, AGM ist doch toll, ist doch gut, reicht mir doch aus, oder beziehungsweise warum Lithium, Lithium ist ja sehr teuer, kostet einen Haufen Geld, ich verstehe die Unterschiede nicht. Vom ersten Moment an, erstmal grob, ja, muss man sich natürlich ein bisschen informieren und ein bisschen auskennen. Was sind die groben Unterschiede? AGM ist ein toller Akku, alt bewährt, schon lang auf dem Markt, Gel genauso. Das sind die typischen, momentan noch meist gebräuchlichen Akkus in der Erstauslieferung von allen Wohnmobilen oder von den meisten Wohnmobilen. Warum ist das so? Ganz einfach, ein Wohnmobil ist auf 12 Volt ausgelegt, das ganze Verbrauchernetz letztlich auf 12 Volt, außer ich klemme mich am Landstrom an. Und wenn ich 12 Volt verbrauche mit ein bisschen Licht, mittlerweile haben wir ja sogar überall LED-Lampen drin und ein bisschen Fernsehen, dann würde ich sagen, ist ein AGM-Akku auch vollkommen gerechtfertigt. Der AGM-Akku hat halt nur den kleinen Nachteil, man muss ihn immer so ein bisschen im Auge behalten, denn eigentlich bis 30 Prozent, je nach Herstellerangaben, maximal bis 50 Prozent, kann ich ihn entleeren. Wenn ich ihn weiter entleere, nimmt er halt Zellenschäden und dann baut er schneller an der Leistung ab und geht natürlich auf die Lebensleistung. Also sprich, er geht einfach schlichtweg schneller kaputt. Dann sagt man, die Ansprüche, beziehungsweise, nein, andersherum, die Ansprüche im Wohnmobil sind natürlich im Lauf des Camping-Zeitalters gestiegen. Das heißt, heute wollen wir viel in der Autargie leben. Wir wollen unabhängig sein, wir wollen frei stehen, wir möchten weniger ans Netz, an den Landstrom, weil weniger Steckdosen zur Verfügung und so weiter und so fort. Infrastruktur wächst relativ langsam und somit geht man natürlich immer mehr auf die Thematik Autargie ein. Sprich, Wechselrichter, weil die Ansprüche steigen, auch hier. Die Damen möchten sich die Haare föhnen, wir möchten beide miteinander ein Cappuccino trinken, wir möchten den Wasserkocher bedienen oder eine Heißluftfridöse oder, oder, oder. Da gibt es ja die ganz unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten, E-Bikes laden und so weiter und so fort. Spätestens, wenn wir hier die Ansprüche ansetzen, ist der AGM-Akku definitiv auf Dauer nicht mehr geeignet. Muss ich überlegen, wenn ich einen Wechselrichter anschließe und eine Kaffeemaschine anschmeiße oder einen Föhn anschmeiße, dann zieht so ein Wechselrichter aus einem Akku 100 bis 150 Ampere. Je nach Wattzahl ist das natürlich ein bisschen variierend, aber so um den Dreh 150, 100, 150 Ampere. Jetzt kann man sich überlegen, ich habe eine 80 Amperestunden AGM-Batterie, die nur bis 40 Amperestunden entladen werden sollte, darf. Und ich ziehe schon mal 120 raus, weil ich jetzt mein Gerät anschmeiße. Abgesehen davon, dass die ratzfatz unter die 50 Prozent kommt, kommt der zweite Punkt, die ist für die hohe Stromentnahme von 120, 130 bis 150 Ampere gar nicht gemacht. Also sie würde definitiv leiden und würde definitiv kaputt gehen, in relativ kurzer Zeit. Kürzlich erst erlebt, ein Kunde war irgendwo bei einem Händler, seine Original-Batterien AGM waren kaputt. Er hat drin gehabt, zweimal 95, hat von der Firma Büttner 1.700 Watt Wechselrichter drin gehabt, hat den angeschmissen, nachdem er die neuen Batterien einbauen hat lassen. Die alten, wie gesagt, waren defekt, hat sich zwei Batterien neu reinmachen lassen und jetzt dürft ihr raten, was sie ihn reingemacht haben. Zweimal 80 Ampere haben sie ihn reingemacht. Er hat den Wechselrichter angeschmissen und natürlich auch zweimal 80 Ampere Stunden Batterien sind nicht für diese extremst hohen Ströme gemacht, weil wenn sich die Frau gerade die Haare föhnt, der Mann schaltet schon mal die Kaffeemaschine ein, die Frau schaltet den Föhn aus, dann kommt gleich der Cappuccino, wo gezogen wird und, und, und. Das ist einfach nichts, das funktioniert einfach nicht. Und die Batterien waren natürlich dann auch in kürzester Zeit wieder defekt. Und wir haben hinten, die habe ich euch schon mal abgefilmt, eine ganze Palette voll AGMs, die auf diese Art und Weise immer sehr schnell kaputt gehen. Dafür gibt es natürlich Lithium. Lithium hat die Eigenschaft schon mal zum einen, das, was hier drauf steht, 200 Ampere Stunden, das ist auch da drin und das kann ich auch zu 100 Prozent nutzen. Wenn 100 draufstehen, kann ich 100 nutzen, wenn 200 draufstehen, kann ich 200 nutzen. Zum Beispiel, LionDron hat eine Dauerstromentnahme von 150 Ampere Stunden. Das heißt, wenn ich hier 130 Ampere rausnehme, überhaupt kein Problem. Selbst kurzzeitig kann man hier 300, 200, 250 Ampere rausziehen. Auch das macht dieser Batterie gar nichts aus. Dann habe ich den nächsten Vorteil, Gewichtsersparnis. So eine Lithium ist natürlich um, ja, ich habe es nicht ausgewogen, aber circa 50 Prozent, nicht günstiger, sondern leichter. Das heißt, zweimal AGM mit 100 Ampere Stunden ersetze ich durch eine Lithium, 100 Ampere Stunden. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist ja nur noch eine Batterie und die ist leichter wie eine von AGM. Also es ist gigantisches Gewichtsersparnis, gar nicht mehr zu rechnen. Also richtig interessant. Jetzt gibt es natürlich innerhalb der Lithiums auch noch Unterschiede. Klar, hier haben wir eine Super B. Super B, sage ich, ist so die High-End-Klasse in dem Lithium-Bereich. Eine sehr hohe Dauerstromentnahme, unheimlich zyklenfest. Also der Hersteller gibt hier an bis 5000 Ladezyklen und so weiter. Also da kann man richtig was damit anfangen. Das ist natürlich, aber klar, kostentechnisch auch ziemlich hoch angesiedelt. Liontron ist für mich eine Marke, ihr seht auch, wie viel das ich da stehen habe. Die habe ich aber nicht auf Lager gekauft. Die sind alle verkauft, wo das stehen. Also die sind alle weg. Muss man sich vorstellen, das sind für mich Akkus. Die sind natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis unheimlich interessant. Wenn wir das mal rechnerisch kurz darstellen wollen. Von Liontron kostet eine 100 Amperestunden. Lithium-Akku ungefähr 950 Euro. Mit einer Zyklen-Festigkeit von 3000. Also das heißt, wenn wir das mal hochrechnen wollen. Selbst wenn wir es aufs halbes Jahr rechnen. Wenn ich ein halbes Jahr jeden Tag den Akku zu 100% entlade und wieder volllade. Das ist ein Zyklus. Das sind dann 365 Tage geteilt durch 2. Das wäre ein halbes Jahr. Und das wiederum geteilt durch 3000. Also würde der Akku schon weit über 13, 14 Jahre allein vor den Zyklen her halten. Wobei man natürlich sagen muss, wir entladen den niemals ein halbes Jahr. Also im Jahr 180 Mal komplett nach unten und wieder hoch. Also das funktioniert gar nicht. Also ist das mit der Zyklenzahl immer so eine Geschichte. Ich behaupte, der Akku rein von den Zyklen her schaffen die meisten den in 20 Jahren nicht. Dass er 3000 Zyklen hat. Also von dem her ist er schon mal gigantisch lang haltbar. Wenn man jetzt dann dementsprechend noch sagt, vom Preis her, er ist teuer. Muss ich entgegenrechnen, wenn man jetzt die ganzen AGMs, was ich in den 15 Jahren verbräuchte, ist es nicht mehr rechenbar, weil dann ist er nämlich wesentlich günstiger wie jede AGM-Batterie. Weil eine AGM kostet, eine vernünftige AGM 300 Euro, mal zwei 600 Euro, um die gleiche Leistung mit einmal 100 Amperestunden zu vergleichen. Im Schnitt halten die drei bis vier Jahre. Das ist der Erfahrung nach der Schnitt. Es gibt garantiert welche, die halten länger, wenn man behutsam damit umgeht. Aber natürlich schlecht am Wechselrichter. Und dann brauche ich hier bestimmt alle vier Jahre, sind acht, sind schon mal drei Stück, drei Pärchen. Da sind wir schon weit über die Anschaffung von einer Lithium. Weil im achten Jahr brauche ich schon das dritte Pärchen. Also es rechnet sich einfach nicht. Da muss ich sagen, ist Lithium wirklich auf Dauer natürlich wesentlich günstiger und ammonisiert sich ganz schnell. Also von dem her ist es nicht so, dass Lithium unbedingt teuer ist. Also muss man mal wirklich für sich durchrechnen und durchgehen. Und man hat die Gewichtsersparnis und man hat die Mehrentnahmemöglichkeit, Stromentnahmemöglichkeit. Und man hat natürlich auch jetzt noch einen tollen Nebeneffekt, weil die Lithium-Battrie auch eine viel höhere Stromaufnahme hat. Also das heißt, wenn ich einen anständigen MPPT-Regler habe mit einer guten Solaranlage, ein tolles Ladegerät, dann ist der Acker auch immer wesentlich schneller wieder voll. Was eine AGM auch nicht leisten kann, weil bei der AGM, die hat einen ganz anderen Ladezyklus, eine ganz andere Ladekennlinie. Und da funktioniert das natürlich nicht so und die kann gar nicht so viel Strom aufnehmen wie eine Lithium-Batterie. Dann hat die Lithium-Batterie ein Sicherheitssystem. Das haben alle Lithium-Batterien, nämlich das sogenannte Batterie-Management-System, BMS, wo hier oben verbaut ist, in Form einer Platine, was wiederum den Vorteil hat, dass egal was ich als Mensch falsch mache, das BMS schützt die Zelle davor, Schaden zu nehmen. Nehme ich zu viel Strom raus, schaltet das BMS ab, nehme ich, mache ich den Akku zu kalt, schalte das BMS ab, wird der Akku zu heiß, schalte das BMS ab und so weiter und so fort. Also ich kann eigentlich mit dem Akku gar nichts falsch machen. Würde ich ihn so weit runterladen, dass er wirklich nahezu an ganz, ganz Null geht, bevor er das macht, auch hier schützt das BMS-System, schaltet der BMS den Akku ab, damit dementsprechend die Zelle nicht geschädigt wird. Also auch hier haben wir ein komplett sicheres System. Und das alles zu einem relativ vernünftigen Preis. Und der Vorteil ist einfach, ich als Camper, als absoluter Laie, der mir so ein schickes Wohnmobil, wie hier draußen steht, oder die hier draußen stehen, einfach kauf, weil ich gedankenlos, sorglos mit meiner Familie Urlaub machen möchte, kann ich nur sagen, ist Lithium die beste Wahl. Da muss ich mir keine Gedanken machen, ich kann es einfach nutzen, ich kann Spaß haben, ich muss auf keine Anzeigen gucken, ich muss nicht, oh wei, hoffentlich geht der Akku nicht kaputt, oh wei, hoffentlich hält das alles. Nein, muss ich nicht machen. Im Worst Case schaltet es ab und es geht nicht kaputt. Ich muss sie wieder laden und alles funktioniert wieder. Und das war's. Also von dem her ist Lithium schon eine wirklich tolle Geschichte. Jetzt gibt es natürlich ganz verschiedene Hersteller. Der eine hat den Vorteil, der andere hat den Vorteil. Da muss jeder für sich rausziehen, was ihm für wichtig erscheint. Das ist natürlicher persönlicher Geschmack. Möchte jemand eine Super B mit 5000 Ladezyklen? Möchte jemand eine Liontron mit 3000 Ladezyklen? Die Liontron hat noch den zarten Vorteil, dass sie verschraubt ist. Das heißt, ich kann die Liontron komplett öffnen. Daher kann der Hersteller ohne Probleme eine 5-Jahres-Garantie aussprechen, weil er natürlich auch alles, was da drin kaputt gehen kann, ohne Probleme austauschen kann. Da ist nichts verlötet, da ist alles verschraubt. Das ist eine tolle Sache. Dann gibt es ja auch nur die Arctis, wo auch dann die Möglichkeit bietet, bei bis zu minus 30 Grad voll zu funktionieren. Habe ich persönlich jetzt noch nicht ausprobiert, werde ich demnächst machen. Ich habe schon eine bestellt, eine 100 Amperestunden Arctis. Die werden wir dann auch mal eingefrieren und gucken mal, ob das dann auch wirklich alles gut funktioniert. Mir war das jetzt nur ein Anliegen, weil Lithium ist halt doch immer ein Riesenthema. Soll ich mir Lithium kaufen? Ist Lithium wirklich so toll? Kann Lithium das alles, was es verspricht? Rechnet sich das für mich? Ja, das ist natürlich eine persönliche Geschichte, weil jeder ein bisschen anders umgeht mit seinem Fahrzeug. Ich sage immer, wenn ich keine Wechselrichter, keine hohen Stromentnahme-Thematiken in meinem Fahrzeug habe, dann kann ich natürlich mit einer AGM lang und glücklich leben, ohne große Probleme. Doch wenn es losgeht, dass ich aus 12 Volt 230 mache, dann wird es natürlich schon ein bisschen heikel mit Gel und AGM, weil da einfach die Lebensdauer meiner Meinung nach bei einem Lithium wesentlich besser ist. Wenn wir da mal so ein 1500 Watt Wechselrichter dranhängen, da habe ich dann wirklich ja die Möglichkeit, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, mit weit über 100 Ampere, wo ich da rausziehen kann, da sollte man dann schon vernünftige Batterien, vernünftigen Stromspeicher haben, damit es wirklich dann auch Hand und Fuß hat und wirklich funktioniert. Ich sage immer, bei AGM alles andere, es ist ja traurig, wenn ihr unterwegs seid, dann klappt das nicht, der Wechselrichter schaltet nicht mehr ein, das schaltet aus, das bricht zusammen, das ist eigentlich nicht wirklich schön. Ja, das war es einfach mal zum Thema Lithium. Zu den unterschiedlichen Lithium-Batterien, was da alles drinsteckt, was man da alles machen kann in den verschiedensten Herstellern, wo da anbieten. Eigentlich alle, für mich persönlich sage ich immer, vom Grund her sind eigentlich schon mal alle Lithium gut. Jetzt gibt es natürlich bedingt Unterschiede. Wie gesagt, BMS hat leichte Unterschiede, Temperatur hat leichte Unterschiede, Zyklen gibt es, die Unterschiede haben. Zum Beispiel gibt es ja jetzt auch die Bulldron, die sehr interessant sind, die auch fünf Jahre Garantie geben und so weiter und so fort. Da sind tolle Dinge dabei. Das ist aber wirklich eine persönliche Sache aus einem eigenen Geldbeutel und aus seiner eigenen Perspektive. Wir können bloß immer beraten, was wir auch unheimlich gern tun. Wir beraten aber personenbezogen, sprich, das heißt, was ist dem Camper sein Anliegen, was ist sein Verbrauch, wie hat er sein Reiseverhalten, wie ist sein abendliches Verhalten, Laptop laden, Fernseh gucken und so weiter, streamen, was da alles dazukommt. Und dementsprechend muss man die Energie ausrechnen und auslegen, was ganz wichtig ist. Weil, ja, wie vorhin schon erwähnt, es muss ja Spaß machen und ich möchte alles nutzen. Und es soll auch wirklich alles Hand und Fuß haben. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Restabend, noch eine gute Restwoche. Bleibt weiterhin gesund und wir haben es bald geschafft. Es wird bald besser. In diesem Sinn, alles Gute und bis bald. Der Wind